Unterhaltsschulden sind kein Kavaliersdelikt. Welche Folgen zu befürchten sind, darum geht es jetzt. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Herrmann. Nullschulden ist die Soforthilfe bei finanzieller Schieflage, mit der wirklich jeder schnell und bequem von zu Hause aus seine Schulden loswerden kann. Kindesunterhalt oder Trennungsunterhalt zu schulden, kann schwerwiegende Folgen haben. Wenn ich jemandem Unterhalt schulde, sollte ich diese Schulden unbedingt zuerst zurückzahlen. Als Unterhaltspflichtiger mache ich mich nämlich strafbar, sobald ich die Unterhaltspflicht verletze. Und das passiert, sobald ich vorsätzlich pflichtwidrig handele, also nicht bezahle, obwohl ich wirtschaftlich gesehen dazu in der Lage bin. Es muss mir also eine sogenannte Leistungsfähigkeit nachgewiesen werden. Diesen Tatbestand muss das Gericht beweisen. Das führt uns auch schon zur ersten Konsequenz. Das zu beweisen kann für das Gericht oder die Behörden ziemlich schwierig sein, wenn ich als Schuldner nicht kooperiere und zum Beispiel Angaben verweigere. Das kann so weit gehen, dass eine Hausdurchsuchung angeordnet wird, um die fehlenden Beweise auf diese Weise einzutreiben. Bei der Hausdurchsuchung können beispielsweise Steuerbescheide, Kontoauszüge oder Gehaltsnachweise beschlagnahmt werden, mit denen geprüft werden soll, ob ich wirtschaftlich in der Lage bin, den Unterhalt zu zahlen. So eine Hausdurchsuchung wird natürlich nur dann angeordnet, wenn ich keinerlei Kooperationsbereitschaft zeige. Die zweite Konsequenz. Eine drohende Zwangsvollstreckung. Wenn ich den Unterhalt für meine Kinder nicht zahle, springt zunächst das Jugendamt ein und zahlt einen Unterhaltsvorschuss. Damit wird das Jugendamt zu meinem Gläubiger, bei dem sich die Schulden ansammeln. Schulden beim Jugendamt zu machen, ist gar keine gute Idee. Die Behörde wird nicht lockerlassen und immer wieder versuchen, die offene Summe einzutreiben. Wenn ich meine Schulden nach wiederholter Zahlungsaufforderung nicht begleiche, kann das Jugendamt einen Vollstreckungstitel erwirken und gegen mich zwangsvollstrecken. Dann kann zum Beispiel mein Gehalt gepfändet werden. Nicht nur das Jugendamt kann gegen mich als Schuldner vollstrecken. Auch der Unterhaltsberechtigte kann vor dem Familiengericht einen sogenannten Unterhaltstitel gegen mich erwirken. Eine andere Alternative ist die Unterhaltsklage, die aber teuer wird. Die Kosten des Verfahrens trägt in dem Fall derjenige, der den Prozess verliert. Bei einer Einigung werden die Kosten geteilt. Der Unterhaltsberechtigte hat drei Jahre Zeit, um gegen mich als Unterhaltspflichtigen zu klagen, bevor die Unterhaltsansprüche verjähren. Anders sieht es bei Kindern aus. Unterhaltsschulden gegenüber Kindern verjähren erst drei Jahre, nachdem sie volljährig geworden sind. Die vierte Konsequenz tut im schlimmsten Fall besonders weh. Hat das Gericht Grund zur Annahme, dass ich mich vorsätzlich der Unterhaltspflicht entziehe, drohen nicht nur Geld, sondern auch Haftstrafen von bis zu drei Jahren. Bei Ersttätern werden meistens Freiheitsstrafen auf Bewährung verhängt. Während der Bewährung muss sich die Unterhaltszahlung zwingend leisten. Ansonsten geht es ab ins Gefängnis. Die rückständigen Unterhaltszahlungen müssen natürlich auch noch gezahlt werden, was gewöhnlich per Ratenzahlung erlaubt ist. Fassen wir zusammen. Unterhaltsschulden sind keine Lappalie und wiegen besonders schwer. Auch vor dem Gesetz. Jeder Betroffene sollte daher unbedingt versuchen, diese Schulden zuerst anzugehen, um nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das seiner Kinder und Ex-Partner leichter zu machen. Für alle, die ihre finanzielle Situation selbst in die Hand nehmen wollen, gibt es die Nullschulden-Online-Entschuldung, die wirklich jeder bequem von zu Hause aus durchführen kann. Weitere Informationen, wie ich diese völlig kostenlos und unverbindlich starten kann, gibt es auf nullschulden.de. Für weitere Informationen zu diesem Thema empfiehlt es sich, unbedingt unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Wenn dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wer Fragen oder Anregungen hat, darf uns gern einen Kommentar unter diesem Video dalassen. Vielen Dank fürs Zuschauen, alles Gute und bis bald!